Der größte Aktienfonds der Welt ist erfolgreich seit mehr als 25 Jahren. Wir können auf vielerlei Ebenen noch eine Menge von ihm lernen. Deswegen möchte ich ihn euch zeigen und außerdem auf seine 10 größten Top-Positionen im Portfolio eingehen. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, bevor wir gleich auf die 10 größten Positionen des größten Aktienfonds der Welt blicken, das ist der norwegische Staatsfonds, hat coolerweise den Namen The Fund, müssen wir ganz kurz über das Thema aktiengedeckte Altersvorsorge sprechen. Wir kommen daran nicht vorbei, auch wenn es ein ganz großes Ärgernis ist. Ich möchte euch hier einmal vertraut machen, möglicherweise habt ihr es schon gehört, denn er ist ja schließlich unser Kanzler, was aktuell die Bundesregierung hält von solchen Plänen. Wobei man aktualisiert hinzufügen möchte, das Thema Aktienrente wird ja nicht mehr komplett vom Tisch geschoben. Es soll hier nicht eine Revolution geben, also ein ganz neues Rentensystem, aber es wird zumindest mal darüber nachgedacht. Die Art und Weise lasse ich heute aus, denn auch wenn Christian Lindner viele junge TikToker und andere Finanzinfluencer einlädt, um mit ihnen darüber zu sprechen, so wie hier der Wortlaut ist, bisher habe ich keine allzu großen Hoffnungen, dass sich an dem Thema wirklich etwas verbessert. Und ich werde euch auch gleich gerne sagen, warum ich so skeptisch bin. Also das hier ist der Fokus, das ist ein Talk, ich glaube, aus dem Ende 2022. So, da hat Olaf Scholz gesagt, der norwegische Staatsfonds, das ist nichts für uns. Warum? Norwegen zahlt seine Einnahmen aus dem Ölgeschäft und aus der Sozialversicherung. Da werden dann später nochmal Renten bezahlt. Und all das ginge ja nicht, denn wir hätten ja nun mal, was sagt er? Sehr en Detail, wir haben nicht solche Öl- und Gasreserven, wie Norwegen sie hat. Wir müssten das alles verdienen. So, und jetzt bin ich mal ganz gemein, denn grundsätzlich hat er recht. Es ist natürlich etwas anderes, wenn diese, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel eine deutsche Bahn hätten. Die gehört ja zum Teil noch dem Bund. Der Bund ist auch noch an anderen Unternehmen beteiligt. Und dort würden die Gewinne nur so sprudeln, weil es einfach so glatt läuft. Dann könnte man natürlich daraus, ja, diese Einnahmen sind ja etwas anderes als die Einnahmen, die ich euch jetzt zeige, nämlich die Steuern. Für den Staatshaushalt ist es erstmal das Gleiche. Es fließt etwas in die Kassen und damit kann man etwas anstellen. Und nur, weil es gerade nochmal wieder in mehreren Artikeln hervorgehoben wurde, ich bin hier auf der Seite von, lass mich gucken, businesson.de, aber ihr könnt es überall finden, war wahrscheinlich sogar in der Bild-Zeitung, Belgien hat also mit 52,6 Prozent die höchsten Abgaben in Europa, da haben wir ja Glück gehabt, bei uns sind es nur 48,1 Prozent. Und dazu muss man sagen, wenn man jetzt noch einige Steuern dazurechnen würde, also ganz pauschal sagen wir mal, die Hälfte ist weg. Irgendwann, es dauert natürlich noch ein paar Monate, verdienen wir dann also fürs eigene Konto. Das ist nicht für alle gleich. Und das möchte ich nochmal an dieser Stelle betonen. Aus meiner Sicht ist es vollkommen richtig, dass jemand, der besser verdient, zu dem zähle ich mich auch, auch mehr Steuern bezahlt. Ich kann mit dieser ganzen Debatte rund um, senke deine Steuern, schaffe es in Deutschland, keine Steuern zu bezahlen. Ich finde das, ich will mir jetzt auch nicht mit jedem verscherzen, der solche Sachen macht, also ich finde es nicht ganz so sozial, den Gedanken. Ich finde es richtig, dass jemand, der dahingehend besser gestellt ist, dass der auch mehr zahlt für diejenigen in der Gesellschaft, die auf Beiträge angewiesen sind. Vollkommen richtig. Deswegen ist die Aussage von Olaf Scholz nicht grundsätzlich verkehrt. Das heißt also, wir können nicht unser gesamtes System von heute auf morgen umstellen und sagen, wir machen jetzt ganz davon ab, dass man natürlich einen gewissen Vorlauf braucht. Das heißt, es bräuchte eine Phase des Übergangs. Aber meinen Funken des Zuspruchs, den verspielt sich natürlich Olaf Scholz, wenn er sagt, ich finde nicht, dass wir unser System der Altersvorsorge infrage stellen sollten. Es hat sich bewährt und wir müssen es immer weiter entwickeln. Und jetzt könnte ich natürlich zehn Minuten mich hier einfach hinsetzen und darüber sprechen, wie dumm diese Aussage ist. Sie ist dumm, sie ist verkehrt, sie lässt, obwohl ich glaube, er wüsste es besser, darauf schließen, dass er sein Gegenüber, wer das jetzt war in dieser Talkrunde, kann ich euch nicht sagen, wahrscheinlich Grundschüler, dass er die nicht für voll nimmt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es wäre uns allen und im Übrigen nicht nur denjenigen, die jetzt dieses Video gucken, nicht nur denjenigen, die sich mit Aktienanlage beschäftigen und ganz bestimmt auch nicht nur für Millionäre. Absolut sinnvoll, wenn man nicht ganz publikumswirksam die ganze Zeit über Aktienrente sprechen würde, sondern wenn man schlicht und einfach denjenigen, die in Aktien langfristig investieren, nicht knüppelt zwischen die Beine schmeißt. Es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, ihr müsst für euer Alter selber vorsorgen. Unser Rentensystem, welches sich ja bewährt hat, klappt, funktioniert nicht mehr. Dieses System der Solidarität über Generationen hinweg funktioniert nicht mehr. Ihr müsst das selber in die Hand nehmen. Und dann aber dafür zu sorgen, dass die Besteuerung bei jedem Verkauf, bei jeder Dividende letztlich, zumindest ist ganz erheblich erschwert, hier tätig zu werden, macht wirklich gar keinen Sinn. Und es ist auch ein vollkommener Irrglaube zu sagen, das ist alles nur etwas, mit dem Millionäre dann noch reicher werden können. Wobei ich den Begriff Millionäre mittlerweile auch so ein bisschen abgegriffen. Ja, was ist denn Millionär? Jemand, der einen Handwerksbetrieb hat und dann Betriebsvermögen und ein paar Angestellte hat, ein paar Fuhrer, ist das ein Millionär? Ist der gemeint oder wer ist jetzt ein Millionär? Man muss das vielleicht auch ein bisschen genauer definieren, wer dann für wen hier ein Millionär ist. Aber davon mal ab. Ich bin absolut dafür, dass das keine Besteuerung werden soll, die dann diejenigen begünstet, die eh schon viel haben. Wenn wir also eine lange Haltefrist nehmen, sagen wir mal fünf Jahre von mir, von mir aus auch sieben Jahre oder zehn Jahre. Ja, die meisten fangen ja nun mal mit der Altersvorsorge nicht mit 50 oder 55 an, sondern sagt wie früher, macht eine Haltefrist von zehn Jahren. Hatten schon mal eine von einem Jahr. Und dann sagt, wir bauen eine Obergrenze ein von 500.000 Euro, einer Million Euro. Eben nicht so, dass ein Kühne oder sonst irgendjemand all seine Aktiengewinne dann später steuerfrei haben kann. Ja, lass, mach das doch gerne. Aber mach es um Gottes Willen und erzähl uns nicht irgendwas von der Aktienrente, die am Ende dann zu zwei Prozent zu unserer Rente mit bei betrifft. Das ist doch Kleckerkram und das ärgert mich maßlos. Und deswegen mache ich jetzt einfach weiter und spreche mit euch über den norwegischen Staatsfonds. Wenn wir uns den anschauen, der hat einen aktuellen Wert. Dazu muss man sagen, Norwegen hat sehr viel weniger Einwohner. Pro Einwohner ist das Vermögen sehr viel höher, ist nicht ganz vergleichbar, aber es hat schlicht und einfach funktioniert. Die Durchschnittsrendite seit 1998 betrug 5,8 Prozent. Man kann einem Land natürlich nicht empfehlen, sich von einem Emittenten abhängig zu machen. Und sagen, ob der nicht in MSCI World investiert, das wäre ja viel schlauer gewesen. Nein, natürlich sind da Direktinvestments, wobei der norwegische Staatsfonds keine Mehrheiten anstrebt. Das wäre natürlich auch schwierig, bei 9.000 Unternehmen dann jeweils zur HV zu gehen und dann irgendwie mitzuwirken. Also es sind keine Activist-Investors, sondern es sind natürlich passive Investoren. Deswegen sind sie auch so unglaublich breit gestreut, weil man so viel Kapital sehr breit streuen muss, um nicht irgendwelche Meldeschwellen ständig zu überschreiten. Das tun sie hin und wieder bei einigen Unternehmen, aber sie sind eben sehr, sehr breit und sehr diversifiziert. Und für so einen diversifizierten Fonds sind dann auch 5,8 Prozent vollkommen in Ordnung. Das kann man nicht vergleichen. Wir schauen gleich noch drauf, wer sagt 5,8 Prozent wie der norwegische Fonds. Das möchte ich auch. Ja, dem zeige ich gleich noch, wie man das Ganze theoretisch umsetzen kann. Aber jetzt kann. Jetzt blicken wir erst mal drauf. Also 12, irgendwas Billionen norwegische Kronen sind es. Und das ist umgerechnet, ihr habt es wahrscheinlich schon lange gewusst. 11,79 beträgt die aktuelle Rate Euro norwegischer Kronen. Und das macht, lass mich schnell gucken, 1,182 Billionen Euro ist dieser Fonds jetzt wert. Aufgeteilt auf Aktien, auf Fixed Income, also Bonds, Anleihen und auf Immobilien, Renewable Energy Infrastructure, 0,1 Prozent aller Investments. Aber da ist diese Institution natürlich auch nicht. Irgendwas Grünes machen wir alle. Mit unserem Öl und Gas machen wir irgendwas Grünes. Und zwar denken wir, das geht derart durch die Decke, dass wir da 0,1 Prozent aller Investments reinhauen. Geschenkt. Was sind also die 10 größten Positionen im norwegischen Staatsfonds? Das kann man sich hier im Übrigen, das ist kein Geheimwissen, runterladen. Per Ende 2022 waren es. Und wenn ihr jetzt denkt, die Top Ten sind bestimmt die gleichen wie? Nicht ganz. Nicht ganz. Ich zeige sie euch hier mal. Ich habe es mal sortiert nach Marktkapitalisierung. Die größte Position ist, das überrascht vielleicht doch nicht so, ist ja das größte Unternehmen der Welt. Apple, Microsoft ist auf Nummer 2, Alphabet auf Nummer 3. Und jetzt sei ehrlich, da hätte man nicht unbedingt erwartet, dass es Nummer 4 ist. Aber wir sind halt ein echt konstanter Dividendenzahler. Hier sieht man übrigens auch rechts daneben jeweils den Anteil, den man hier an dem gesamten Unternehmen hat. Also 2,8 Prozent gehören dem Staatsfonds, und zwar von Nestle auf Nummer 5. Bin ich natürlich nicht unzufrieden. Ich sitze mit dem, mit The Fund in einem Boot. In einem Boot, nicht in einem, in einem Board wäre eigentlich auch ganz cool, oder? Anyway, Oslo ist richtig kalt. Also, dann haben wir Roche. Muss ich dazu sagen, bin ich ebenfalls investiert. Jetzt wird es langsam. Ich bin wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich in Shell investiert, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video jetzt seht. Also geht mal davon aus immer, ja. Aber der Disclaimer ist ja mal glasklar. Aber weder, weil ich noch, na andersrum müssen wir es sagen, weder, weil der norwegische Staatsfonds noch ich jetzt hier in diesen Aktien investiert bin, sind zumindest in einigen, ist das eine Empfehlung, es gleich zu tun. An der Börse muss man sowieso immer, und das ist gar nichts so dahergesagt, mit Verlusten rechnen, insbesondere wenn man in Einzelaktien investiert. Also, Vorsicht bitte. Dann haben wir, wo sind wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Taiwan Semiconductor. Ein relativ großer Anteil im Chip-Business. Noch einen hier bei ASML Holding. Und Novo Nordisk. Kennt ihr wahrscheinlich. Ansonsten taucht Dänemark jetzt nicht ganz so häufig hier drin aus. Wahrscheinlich ist Maersk noch mit drin. Aber das sind sie, die zehn. Und Novo Nordisk, muss ich sagen, wahnsinnig gut gelaufen. Sie waren mal mittlerweile bei all dem, was passiert ist. Wir hatten Amazon 2016 im Depot und so weiter. Aber bei den Renditespezialisten ist mit 200, ich glaube 226 Prozent oder sowas, tatsächlich jetzt Novo Nordisk, die Aktie mit den meisten Gewinnen. Am Ende sind es eben so die Sachen des täglichen Bedarfs. Zumindest für einige, die es dann oft das Rennen machen und ist einfach auch eine sehr gut geführte Firma. Nochmal der Hinweis, ist keine Empfehlung, hier tätig zu werden. Jetzt gerade sind sie auch nicht gerade billig. Sind auch ganz gut gestiegen. Also wir können nochmal ganz kurz gucken, ob hier noch eine Überraschung ist auf den nächsten Plätzen. Berkshire, United, Novartis, Astra. Also sie haben ziemlich viel defensive Healthcare mit drin. Die sind ganz gut gelaufen. Technology bauen sie natürlich nicht ab. Eine Nvidia, man weiß nicht zu welchen Kursen gekauft. Das steht hier nicht drauf. Aber das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Wer Lust hat, und das können wir gerne beim nächsten Mal machen, schreibt das mal hier in die Kommentare rein. Wenn ihr Lust habt, weil ich am Ende des Tages natürlich nicht die Videos nur mache. Aber ich sage, wisst ihr was, heute mache ich manchmal schon. Mache ich genau das, worauf ich einfach Lust habe. Aber ich möchte natürlich auch gerne die Videos machen, die euch interessieren. Und das kann ja nicht jedes Mal Bitcoin sein oder was ist mit Microsoft gerade los. Daher, ich finde es eigentlich ganz interessant. Können wir vielleicht ja in einem weiteren Video machen. Die haben natürlich auch, das sind vermutlich Werte, wo sie raus sind. Hier, man kann das andersrum sich sortieren lassen. Beziehungsweise die Sortierung sich von oben anschauen. Also das sind Werte. Russia, Russia, Russia sind natürlich mit Null bewertet hier überall. Aber man kann ja mal in den 20 kleinsten Werten schauen, ob da nicht auch was Spannendes mit dabei ist. Wie gesagt, das überlasse ich euch. Und so oder so ist es spannend. Also wenn euch das interessiert und ihr sagt, ja, gern mal solche kleinen Aktien, dann schreibt es mir gerne in die Kommentarfunktion rein. Wenn nicht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Jetzt habe ich ja versprochen, wer will, kann das nachbasteln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal eine gezeigt hier auf extra ETF, beziehungsweise eine Möglichkeit. Hier ist das Ganze jetzt mit 10 ETFs nachgebildet. Nordamerika muss dann drin sein, Europa muss drin sein, Bonds anleihen müssen mit drin sein, Japan, Asia, Japan. Ich meine, sie sind aus vielen, übrigens ist der Fonds gerade, das ist natürlich ein bisschen grotesk, aus vielen Ölwerten ausgestiegen. Aber wir haben heute genug Politik drin, das müssen wir jetzt nicht machen. Small Caps, Property Yield, das sind auch Anleihen hier und das sind ebenfalls Bonds, beziehungsweise Property Yields sind natürlich Immobilien. So, müsst ihr aber nicht. Nochmal, man kann mit einer anderen Zusammensetzung, war man in der Vergangenheit durchaus erfolgreicher. Man hat also eine höhere Durchschnittsrendite von als 5,8 Prozent erzielt. Aber das Risikoprofil des norwegischen Staatsfonds ist natürlich auch eines, welches darauf aus ist, in Zeiten, in denen es abwärts geht, möglichst wenig zu verlieren. Möglichst wenig war dann im Jahr 2022 mal eben die schlappe Summe von 150 Milliarden. Und das wird dann wahrscheinlich schon wieder reichen, um zu sagen, in der nächsten Talkshow, in dem dann, sucht euch einen Namen aus, sagt, ja, sollen wir bitte mit unseren Renten, wollt ihr das, dass wir mal 150 Milliarden im Plus sind? 5,8 Prozent im Schnitt sind 5,8 Prozent im Minus, 5,8 Prozent im Schnitt. Das ist doch, worum es geht. Dass es an der Börse einzelne Jahre auch mal abwärts geht, ist völlig klar. Und dass das Jahr 2022 für den norwegischen Fonds natürlich auch deshalb so schwer war, liegt einfach daran, dass beides gefallen ist. Aktien, das klassische 60-40-Portfolio, bauen die ja hier nach mit etwas mehr Aktien. 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen. Und beide Anlageklassen sind halt massiv unter Druck geraten. Kann das auch noch ein Jahr passieren? Na, selbstverständlich kann das auch noch ein Jahr passieren. Aber glaubt denn ernsthaft jemand, dass man heute sowas auflegt und dann sagt in 30 Jahren, ja, sorry, außer Spesen nichts gewesen. Es geht hier ja nicht um hoch riskante Einzelinvestments. Also ich kann hier nur noch mal meine Mithilfe anbieten, vollkommen kostenlos. Mir ist egal, welcher Politiker sich hier meldet. Ein Nachmittag, ach was, was sage ich? Ein Zoom-Call, eine Stunde und ich habe es erklärt. Und das ist keine Arroganz, liegt nicht daran, dass ich Atomphysik studiert habe, was ich ja nicht gemacht habe. Aber es ist ein relativ simples Thema. Wenn es aber dennoch zu kompliziert erscheint manchmal, mehr als das Angebot kann ich nicht machen. Das war es für heute. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schönen Donnerstag. Bis dann. Schönen Donnerstag. Schönen Donnerstag.